Jo und ein herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute im Koop-Modus, nämlich Dead Island. Und mein Special-Gast dazu ist natürlich, wie kann das anders sein, der Zombie-Metzler schlechthin, Barterplay. Sag mal hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist ja Barterplay. Er hat sich wieder eine Frau ausgesucht. Die kann hochspringen, ja. Ja, wenn du ein bisschen hochspringst, warte mal, ich hock mich mal hin, dann kann man fast unter den Rock gucken. Komm hier, ich spring dir sogar ins Gesicht. Springen wir nochmal? Ja, ich glaube, ich knall die ganze Zeit hier oben, hier da, gegen den Vendikator da oben. So, die erste Mission haben wir natürlich angenommen. Hast du ja auch angenommen, ja? Ja, soweit ich weiß, habe ich die angenommen. Ja, alles klar. Also, ab jeder, wollen wir mal raus in die schöne Welt hier. Oh, ja. Sonne. Also du bist unser Kompass. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich sage jetzt mal, dass du unser Kompass bist. Okay, wir müssen hier hochgehen. Okay, wir müssen hier hoch. Dann aber los. Ähm. Ah, doch, da. Okay. Ich hab einen Stock. Was ist denn da, ich mach? Ich hab einen Besenstiel. Hast du schon wieder gegessen hier? Ich hab einen Besenstiel. Oh, hier ist das. Maybe there's something we can use. Elektroschrott. Hä, du kriegst ein Energydrink und ich krieg Elektroschrott. GG. So ist das manchmal im Leben. Hier ist auch Energydrink. Werbung. Bolzen. Bolzen. Ja, bei dem Spiel muss man ja alles aufsammeln, ne? Also man muss ja wirklich alles behalten. Uh, 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 bam, 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 ins Gesicht. Boah, da teilt schon wieder aus, die arme Frau. Alter, richtig. Kriegt noch jemand mit einem Knöppel. Hm, nam, 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 nam. Aber weißt du, was ich schon wieder gleich bemengen muss an dem Spiel? Ich hab ja schon so ein anderes Spiel und da konnten jeweils zwei Leute immer das einsammeln, weißt du, also was hier unten liegt. Und weil du jetzt eingesammelt hast, kann ich das nicht mehr einsammeln. Das finde ich ein bisschen blöd. Das ist bei anderen Spielen besser geregelt. Warte mal, ist der irgendwo hier in den Titel weggerutscht? Ja, da fehlt eine Titte, ja? Sieht aus, als wenn sie weggefressen ist. Was ist denn damit passiert? Ist hier, ähm, ich glaub, da möchte ich einfach nicht mal nachhaken. Doch, die hatten ein klingendes Liebespiel und da ist halt die Titte abjangen. Passiert. Ja, aber bestimmt mit diesem komischen... Oh, hier ist jemand auf dem Boden. Gib ihn ihn mit der Keule. So. Okay. Oh, hier sind welche am Fressen. Zack, 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 zack. Alle weg. Oh, der lebt. Der lebt noch. Der lebt noch. Kappen. So, ey, ey. Guck mal, total. Ich hab grad an deinen Kopf geguckt. Ich hab deine Gedanken gelesen. Du hast dir in deinen Kopf geguckt. Krass. Und? Nix dran. Krank, oder? Ne Pulle. Ne Molotov-Kochte. Ey, der klaut mir einfach Molotov. Oh. Ah. Zack. Weißt du, ich frag mich mal, was alte Omas hier auf solchen Orten machen, so. Weißt du? Ja, die wollen halt noch ein bisschen Spaß. Oh, was kommt da denn? Zack. Der lebt noch. Ich hab mein Paddel weggeschmissen. Oh, da ist jemand. Bam, bam, bam. Aber die sieht nicht mehr so schön aus. Wow, Alter. Oh, scheiße. Wo kommt der denn her? Alter, verdammt. Ist ja was los. Hör, irgendwo noch jemanden. Ja, da. Ich bin im Wasser. Ah, die können ja auch nicht schwimmen, die Zombies. Die sind da. Und? Ich komme nicht mehr aus dem Pool raus. Da ist eine Treppe. Oh. Hier müssen wir mal alles looten, weil hier ist nämlich sehr viel immer drin. Energiedrinks und sowas alles. Auch wenn jemand die leider nicht aufsammeln kann, ne? Ja, genau. Hast du die Tür auf oder soll ich dir helfen? Äh. Ah Gott. Ein wunderschönen guten Tag, da bin ich. So, es war alles looten. Guten Tag. Oh, Dietrich. Wir haben ein Kind Dietrich. Na, ohne so schlimm. Ah, passiert. Komm, wir stießen auch wieder die Tür, weil wir so nett sind. Ah. Die sind ja die Lieben. So, 40 Meter. Oh, guck mal, hier hockt noch jemand. Ach. Ach, der greift mir gleich an. Okay. Also, ich lass dich da mal alleine. Ich geh mal weiter. Hacke ich dir den Kopf ab, mein Freund. Weißt du, was bei mir geil ist? Ich hab nur noch meine Fäuste zum Schlagen. Alles andere ist kaputt gegangen. Ich hab noch was in meinem Inventar. Wird doch egal. Ich schlag mich hier mit den Fäusten durch. Ah, okay. Wo bist du denn? What the fuck? Ich komme. Ich komme. Ach, du Scheiße. Was hast du denn hier gemacht? Ich weiß nicht. Das sagen sie alle. Kann man den Ofer prügeln? Ich rede gerade mit dem. Why are you looking at me like that? What the fuck do you want for me? Ist schon ein bisschen makaber hier. Kannst du mal leise sein? Der Typ, der redet in mir. So. Ich hab ein Messer. Ich hab ein Eil. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Hey, halt die Maul. We're back with you, du. Ah, guten Tag. Radio machen wir lieber mal aus, wa? Nicht, dass die Gamer noch kommt. Hey, kennst du ja schon. Hey. So, guten Tag. Ah. Alter. Bartow ist schon wieder voll in Action hier. Bartow in Action. Ah, hier sind ein paar Sachen. So. Du hast gerade mal was gefunden? Schlüsselkarte haben wir. Du hast ja Schlüsselkarte, wo hast du die jetzt? Die lag da auf dem Tisch. Hab ich eingesammelt. Für uns. Wir machen alles zu zweit, weißt du doch. Ach, du läufst schon weg und ich höre hier Radio, ey. Was ist denn mit dir? Ja, mit die Gamer, das wollte ich nochmal sagen, ja. Wo ich hier Lego Star Wars hochgeladen habe. Vielleicht zwei Dinger drauf gehabt, ja? Von der Gamer. Das war richtig krass. Wir sind super schnell. Zack, zack. Oh, loil, oh, loil, oh, loil. Alter. Nein, ich hab den Alkohol getrunken. Ha, Hilfe, 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 Hilfe. Massaker, Massaker. Ich hab keine Energie mehr. Ich bin da. Okay, alles. So. Ich muss mir erstmal eine Waffe auswählen hier. Ja, voll schutzlos. Nee, aus Versehen habe ich den Alkohol getrunken. Jetzt bin ich mir total duselig hier. Wo, 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 wo? Ich höre nichts. Äh, sorry, ich höre schon was, aber... Wo war, wo, 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 wo war das Alkohol? Der Alkohol, wo ist der? Äh, das ist erst ab 21. Nee. Du wisst doch. In Amerika ist erst ab 21. So. Ah, ja, die Amis, ne? Weißt du Bescheid. Ja, ja, weißt du Bescheid. Alles andere dürfen sie, außer Alkohol trinken. Ja, Leute oben bringen es auch schon ab 6 mit einer Waffe, die ihnen da gar nicht gehört. Ja. So in etwa, ja. So in etwa, ja. Kann man ja eigentlich hier runterspringen. Also ich würde es dir nicht empfehlen, aber wenn du möchtest, kannst du machen. Oh lol, oh lol, oh lol. Äh, ich bin tot. Ja, ich seh's schon. Hier liegt Barthor. Er wollte ja da oben runterspringen. Kannst du dich eigentlich wiederbeleben oder so? Nee, leider nicht. Oh, hi, ich bin hinter dir. Ich hab kein Dekri bei. Schade, schade. Also heute nicht. Sonst hab ich ihn immer bei, aber heute nicht. Achso, ja. Naja. Ist ja auch schwer detaile. Naja, stimmt schon. So, den ersten Bauplan können wir uns einsetzen. Moment, genagelter irgendwas und ne neue Mission. Genau, Exodos. Hast du die Mission angenommen? Die bekommen wir automatisch, ich muss nur eine annehmen. Achso, okay. Ah. Ähm, da lag aber auch noch ein Paddel, also falls du keine Waffe hast. Nee, ich hab mir jetzt so ein Rohr genommen. Achso, okay. Naja. Hier ist auch ein Rohr, hier ist auch noch ein Paddel. Ah! Alter. Ja, ich komme. So, ich sehe noch einen Kopf. Na, ist Ruhe. Richtiges Arsch. Ich will mal kurz im Inventar gucken. Was es hier so für Leute gibt. Wie geht ein Inventar, wo war denn das? Äh, auf Tee. Hi. Das war. Nee. Wollte ich mal den Bauchhahn angucken. Aufstieg. Energydrink. Nehme ich. Nehme ich gerne an. Ach, was mach ich denn für ein Blödsinn. Ähm, die kann man ja nicht so modifizieren. Also bei Dying Light ist es ja so, damit man die, äh, also dass man da nicht extra umgehen muss. Da gibt es, äh, eine, eine Werkbank für irgendwie, ne? Genau, genau. Zack. Oh, was, der Ball ist weg. Da! Komm, wir wollen mal Ball spielen. Mal so, in der Zombie-Apokalypse kann man Ball spielen. Was hast du mit dem hier gemacht? Ich weiß nicht, äh, ich glaub, der war so ein bisschen pädophil, der wollte was von mir, ne? Der liegt und der mit so einer Schippe und ein Ei-Maschinen, naja. Guck, guck, hier ist ein Ball, lass mal Ball spielen. Puff. Hallo. Muss treten. Äh, so ein, so ein Fußball. Wo ist der Ball hin? Ah, da ist er wieder. Egal, wir gehen mal weiter. Ah. Ein Paddel lebe ich nochmal mit. Oh, jetzt kommen ein paar Zombies. Ne, nix, nix. Oh! Na ja. Oh, es gibt ein paar Runners bei. Ich hab keine Energie mehr, ich hab keine Energie mehr. So. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. In Ihnen hab ich so einen Kopf eingetreten. Alter. Wir haben ihn in sein Leben gerettet. Oh. Ah, naja, wird's auch noch cool, wenn wir mit Autos fahren können. Das wird ja auch noch richtig lustig. Ja, ja, das können wir ja machen bald. Aber die Steuerung ist echt scheiße. Ja. Das stimmt wohl. Ach, T ist Taschenlampe, okay. T ist Taschenlampe? Uber-Inventar. So, ich hab nämlich einen Skillpunkt, den müsstest du auch haben, glaube ich. Ich hab Wasser. Also, ich nehm erst mal den Hammer. Wir können unsere Waffen repären. Take whatever you want. Okay. So. Wo war hier noch? Bisten. Hier bist du. Ah! Hier war's zum Reparieren. Ey, da hat der schon alles gelootet. Lässt du nicht übrig. Unmöglich. Unmöglich, der Junge. So, ich hab grad mal repariert. Ich hab Klebeband hiervon. Reparieren. Ja. Alter, ich hatte bloß noch 12% auf mein Messer. Das ist krass. Wie kann man denn die anderen Sachen noch auswählen? Ähm, Mausrad gedrückt halten und dann Maus bewegen zu die Waffe, die du haben willst. Also irgendwie ist bei mir keine Waffe drin. Oh. Jetzt muss ich doch erstmal... Oh, ich hab... Ich hab drei Upgrades. Und Upgrades. Okay. Okay, was denn für... Drei Upgrades hast du. Ja. Dann wähl ich einfach einmal Kampf. Einmal Überleben, ja. Ja, ich hab auch eh mal Kampf gemacht und eh mal, ähm, Fechter. Und einmal Raserei. Ich mach jetzt alles einmal und dann passt das schon. Joa. So, jetzt hab ich vier Dinge ausgewählt. Kann ich bestimmt momentan irgendwie, ähm... Ähm, genau. Genau, genau das war das. Kann ich nämlich hier, ähm, nehm ich das Hackebeil oder was nehm ich denn? Was willst du? Da, mehr. Schneide den Bart. Was? Na hier, den Hario-Pei hier draußen. Ausrüsten, ausrüsten. So. Jetzt hab ich das auch erstmal ausgerüstet. Jetzt kann man das nämlich dann auch wieder wählen. So, weiter geht's, würde ich sagen. Na dann los. 88 Meter noch. Oh, ich geb Gas, ich geb... Alter, was war das denn? Was war das? Wer sitzt hier noch hier auf dem Klo? Da ist besetzt. Hier ist... Oh! Was? Was los? Hier war jemand. Der hat Hallo gesagt. Ach da. Ja, siehst du, sag ich ja. Da ist keiner. Ach, hier ist da was zum Looten. Er ist ja Loot-Experte. Guck mich beim Umziehen um. Du musst schnell mal die Koffer looten. Ach so, hab ich dir schon erzählt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah! Mach's mal alleine. Ah! Alter! Da hab ich gar nicht gesehen, den Typen, ey. So, kriegst du jetzt mal ein Messer im Kopf. Ein Messer in den Kopf ist gut. Guck mal, die haben überall Bollen am Popo. Hä? Iiiiih. Voll eklig aus. So. Haben wir das auch geklärt? Die waren anscheinend zu lange in der Sonne. Ah, ah, ah. Am Besen still? Ne, den will ich nicht. Ich still kein Besen still. Oh, hi! Hi! Was mich immer noch ankotzt an diesem Spiel, ist, dass die Waffen einfach so schnell abgenutzt sind. Das ist so unrealistisch. Oh, 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 oh. Jetzt kann ich mir schon wieder... Alter, stirb doch! Jetzt kann ich mir eine andere Waffe wählen. Ich hab keine andere Waffe. GG. Ich nehm meine Fäuste. Ah, ne, warte mal. Warte mal, U war das, meinst du? Ne? Ja, genau. Ähm. So. Ich rüste jetzt mal so ein rostiges Rohrding aus. Geht, wie geht's eigentlich? So. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ich möchte, dass du mit mir redest. Das wäre sehr nett. Was hast du kaputt gemacht? Hallo? Dann schreiben wir ihn einfach mal. Juhu. Ich weiß noch nicht, ob du jetzt da bist oder nicht. So. Er antwortet. Hörst du mich eigentlich? Okay. Warum? Wieso geht dein Mikro denn einfach raus? Das verstehe ich nicht. Warum? Was soll das? Was machst du mit deinem Mikro? Das begreif ich nicht. Hm. Uh, der disconnected, ja. Da kommt wahrscheinlich wieder neue drauf. Vielleicht hören wir ihn ja dann auch wieder. Mit etwas Glück. Die wir oben verrecken währenddessen. Denen wir ja irgendwie helfen sollen. Ah, na gut. Kommt vor. Den finde ich aus so ein paar Rippen. Hat irgendwie so ein bisschen was von seinem Bein. Kannst du mich jetzt hören? Ich höre dich. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen zurück. Ne, mein, ähm, mein Kabel hat sich gelockert vom Mikrofon und setzt, ähm. Okay. Ja, wie soll ich sagen? Der TS hat, ist damit nicht klargekommen, damit ich dir wieder angestöpselt habe. Also musste ich mich nochmal ausloggen. Ich hoffe, dass im Spiel jetzt, bei der Aufnahme, mich trotzdem mal hören könnte. Oh, sonst ist es scheiße. Ja. Also ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit brav weiter aufgenommen, ne? Ich habe dich ja gehört. Ja. Wollen wir, wollen wir den Leuten eigentlich mal den Kopf abpacken? Ja, dann kannst du ihn auch. Du kannst auch die Arme und Beine abmachen noch. Wo ist denn der Kopf jetzt hin? Du kannst auch die Arme und Beine abmachen, wenn du möchtest. Ja, ja, ich weiß. Das eine Bein. Dann haben wir nur noch, dann haben wir nur noch den Torso. Ja, ja, ja. Oh, ja. Kann man machen. Das ist okay. Wir sind hier wirklich hochbegabte Fleischer. Sieht man auf jeden Fall. Ja. Und Energy Drink pfeif ich mir mal rein. Potenzial ist vorhanden. Auf alle Fälle. Ich fress erstmal einen Apfel. Guck mal, hier ist so ein Trainerbehinderter hier. Warte mal, ich habe schon wieder keine Waffe. Bei mir sind die ganze Waffe immer kaputt. Ja, du bist halt der Mörder, die hier. Ähm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah. Du hast die Torso erst noch gemacht, ja? Du bist echt mutig. Bin ich auch. Das ist auf jeden Fall meine hochprofessionelle Fleischerarbeit. Man kann nicht mal durch den Zaun stechen. Da kommen noch ein paar. Alter. Du Arsch. Alter, du Arsch. Alter, ich mache dich kaputt. Lol, Alter, ihr boxt mich. Ich habe keine Wappen mehr. Ich nehme mir jetzt das Rohr hier. Hast du... Na, nimm gleich mehrere Rohre mit. Ja, das eine Rohr ist ja kaputt. Ach so. Okay. Wir müssen sie retten. Wir müssen sie retten. Wir müssen sie niest rein. Wir müssen sie irre. Und wir müssen sie-